Heute ist schon Weihnachten! Was ist denn hier los? Schon Weihnachten? Was gibt's denn da? Sonntag ist Weihnachten! Geschenke! Geschenke zu Wahl! Für Arcandor! Ja, 15 Millionen für Arcandor! Abwrackprämie! Und was ist das denn? Steuersenkungen! Steuersenkungen! Oh! Milliarde für Steuersenkungen! Schönes Geschenk für euch alle! Ein schönes Geschenk! Eine große Abwrackprämie! Für die Abwrackprämie! 5 Milliarden für die Abwrackprämie! Ein wunderbares Geschenk! Ein wunderbares Geschenk für uns alle! Und gibt's da noch was? Wir haben noch schöne Sachen dabei! Ich, der Herr Steinmeier, hab noch ein Kohlekraftwerk! Ein neues Kohlekraftwerk! Da haben wir Milliarden für Kohlekraftwerke! Ja, das ist ja ganz schön, dass die armen Kraftwerke was bekommen! Die armen Kohlekraftwerke, die armen Menschen mit ihren Kohlekraftwerken bekommen Milliarden für ihre Kohlekraftwerke! Ja, und hier, was haben wir denn hier? Ein neues AKW! Billiger Strom für alle! Ohne Risiko! Sichere Kraftwerke! Nur für euch! Für euch alle! Billigen Strom aus Atom! Billigen Strom aus Atom! Ich, der Guido, habe hier noch etwas, was die HRE nennt, das größte Milliardentrag! HRE? Eine Bank! Das muss für uns ein Haushälter sein! Bitte schön! Ehe den jahren für den Haushälter, damit er zukünftig die HRE finanzieren kann! Wir brauchen Geld! Wir brauchen Spenden für die Banken! Spenden Sie für die Banken! Bitte helfen Sie den Banken! Bitte! Bitte spenden Sie! Bitte öffnen Sie Ihr Herz! Spenden Sie für die Banken! Ein Opel für den Opel! Ein Opel für den Opel! Fünf Milliarden, Abfragpräge! Nur zwei Milliarden für Opel! Das ist viel zu wenig! Da müssen wir noch eins drauflegen! Ich sage drei Milliarden! Wer gibt mehr? Vier Milliarden! Bitte vier Milliarden! Zehn! Zehn! Zehn Milliarden für Opel! Da haben wir mehr! Bitte mehr! Mehr für Opel! Für die armen Opelaner! Bitte mehr für Opel! Zehn Milliarden! Ich sage zum ersten, zum zweiten und zum dritten! Zehn Milliarden für Opel! Dankeschön! Dankeschön, meine Damen und Herren! Die Laufzeitverlängerung für unsere neuen Atomkraftwerke! Und auch für die alten! Oh! Die Laufzeitverlängerung! Ein Geschenk an die Atomwirtschaft! Die Notleidende Atomwirtschaft! Ja, Herr Landwirrung, Sie von Rot-Grün mal drassiert! Bitte spenden Sie für die Notleidende Atomkraftwerke! Wir wollen nun die Laufzeit verlängern, damit Sie wieder endlich gewinnen machen können! Mögen steuerfrei! Mögen lange noch fünf oder zehn oder sagen wir fünf Milliarden! Laufzeitverlängerung! Laufzeitverlängerung! Das hilft weiter! Super! Vielleicht noch mal ein Lied singen für uns Nikoläuse! Ja, das wäre jetzt ein Lied für uns Nikoläuse! Stehen Sie sich die Nikoläuse mal hinter, die Geschenke, dass eine Dinger vorne drin sind! Wir sollen mal... Sie bet conflicten für uns Nikoläuse. N overview ... O! O Tannenbaum! O Tannenbaum! Oh Tannenbaum, oh Tannenbaum, dein Kleid will mich was lehren. Die Hoffnung und Beständigkeit gibt Trost und Kraft zu jeder Zeit. Oh Tannenbaum, oh Tannenbaum, dein Kleid will mich was lehren. Neigeschenke! Milliardengeschenke für alle! Wir versprechen alles für alle! Danke! In Milliardenhöhe! Danke! Am 27. September ist Weihnachten! Geschenke für alle! Ja ist denn schon Weihnachten? Am 27. September ist Weihnachten! Und dieses Mal ist am 27. November, nicht November, September Weihnachten! Also schon in drei Tagen! Nicht vergessen, in drei Tagen ist Weihnachten! Wir hatten so viel Geld übrig, da dachten wir, wir verlegen Weihnachten einfach nach vorne! Und wir weisen einfach mit dem Abi Geschenke raus! Oh wir sind so dankbar, wir sind so dankbar, wir sind glücklich und dankbar! Also, ich weiß sicher auch, wir sind glücklich und nötig und richtig, wofür es auch sind. Das war' alle rein! So und hier!